Wir freuen uns riesig auf die Spiele. Es wird Adrenalin pur. Ich weiß, was für ein Highlight das wirklich ist für jeden Amateurfußballer. Wir wollen auf jeden Fall ein Feuerwecker bringen. Luka Vukovic, was für ein Freistoß! Wenn irgendjemand auf diesem Planeten einen Freistoß erlernen möchte, dann schaut er sich genau das an. Wahnsinn! Keine Chance! Ecke von der rechten Seite. Und aufgebaut! Hier kommt Ungerath! Was für eine geile Kiste! Markiert mit einem super Fallrückzieher den Anschluss. Langer Schlag aus der Abwehr. Sehr langer Schlag. Hintz rutscht weg. Was für ein Tor! Sefa Garama mit dem 2 zu 0. Toriosa wird es dieses Wochenende wahrscheinlich nicht mehr. Vorausgegangen war ein Schiedsrichterball, aber mit Ballbesitz für TB. Also keine Rückgabe. Gucken Sie sich bitte mal diese Ballannahme und dann den Abschluss an. Das hat was von Dennis Bergkamp. Doch die Antwort von Bergisch Gladbach fällt in die Kategorie. Traumtor! Zachary Oduro-Bonsu. Mittlerweile hält auch La Roche nichts hervorne. Und jetzt einmal zurücklehnen und genießen. Sufjan Guilhil. Ein absolutes Traumtor vom Neuzugang. Weiterhin nur Bergisch Gladbach am Drücker. Das ist Baris Sarikaja. Was für ein Strahl zum 2 zu 0. Der Schuss ist abgeblockt. Und Rückraum macht sich die Nummer 7. Zubereit. Trochowski schießt und trifft. Was für ein Treffer. Willkommen zurück an der Elbe. Pjotre Trochowski. Der in Richtung Großkreuz. Stitzer Winkel. Klasse Abschluss. Geiles Zorg. 30. Spielminute. 1 zu 4 durch Kevin Großkreuz. Dann ist es Isonga Jenecke hier. Legt sich den Ball zurecht. Isonga Jenecke in den Winkel. Traumtor zum 2 zu 0. In der noch nur die nächsten Spielminute. Peters holt sich den Ball. Der hält drauf. Und lässt Volkban. Keine Chance. Ein Wahnsinns-Treffer. 1 zu 1. Kurz vor dem Seitenwechsel. Erik Peters zaubert im Shuttle in der Raute. Das ist Laza Zamasic. Verrutscher langer Ball. Ne. Tor. Und was für eins. 0 zu 6. Laza Zamasic. 17 Jahre alt. 6 vorbei machen. Ja. 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 속 zu sagen. hina bischen zu machen. Valterシリ. Ja. Eine meiner Meinung zum Tor. Einfach nur stark. Der war genau in der App… … Was sagt die Presse dazu? Ja Junge ey. Presse ist sprachlos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.